also da war mal checken was auf instagram an neuen meldungen vorliegt bezüglich der informations logistik schalten wir also um oder gibt es neue meldungen hier sehr schön die hochschule hat in einer professionellen reaktion auf den kürzlich erfolgten angriff schnell gehandelt und ihre kernsysteme wieder verfügbar gemacht das rechenzentrum hat ein umfassendes key gestütztes überwachungsprogramm auf allen geräten installiert obwohl die mitarbeiter keine genauen informationen erhalten haben versicherte die hochschule alles zu unternehmen um die sicherheit ihrer systeme zu gewährleisten unsere journalisten bleiben am ball und werden die entwicklungen weiter verfolgen eine pressekonferenz ist für den 20 april um 12 uhr und 15 minuten angekündigt nice ok gut hört sich ganz gut an ich bin immer gespannt wie die meldung ankommt liebe leute also auf auf kommt alle an campus am zwanzigsten oder die dann einfach mal ein stream auf twitch an bis dann